Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wüsste euch alles gut, wie ich das jeden Tag sage. Ich muss euch einfach mal die Schlange im Käfig, sage ich mal so, Terrarium zeigen. Das ist unser Terrarium. Das ist auch noch so eine Lege. Und da hockt sie irgendwo da in der Ecke. Kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen. Oder... Also ich habe euch das gezeigt. Tut mir leid, dass man die nicht richtig sehen kann. Aber... Naja... Ich würde trotzdem gerne ein Like und ein Abo da. Natürlich kostenlos. Vergesst nicht die Klopfe zu aktivieren. Und... Ciao, ciao!